0-1 greift ein und beschützt den friedlichen menschen 0-1 greift ein zur bekämpfung dunkler existen 1946 setzte die polizei den radiostreifenwagen ein der radiowagen übertraf alle erwartungen 1949 waren fast 90 prozent aller hilfeleistungen und einsätze zur aufklärung krimineller vergehen erfolgreich ein neuer radio streifenwagen wird in dienst gestellt sein taufname lautet peter das hier ist zwölf peter der kleine grüne wagen mit dem weißen dach ist rettung und hilfe in not und gefahr drei männer gehören zu seiner besatzung beobachter funker und fahrer jede minute einsatz bereit für ihre mitmenschen alle radiostreifenwagen sind mit einem ultrakurzwellen sender und empfänger ausgerüstet hier liegt der nervenstrang der funksprechanlage dieses kleine betriebssichere gerät hat eine reichweite die bei 50 kilometern liegt aus dem eingebauten laussprecher erhält der wagen einsatz befehle der polizeizentrale durch ein drahtloses telefon kann der streifenwagen per funk die zentrale ansprechen außerdem mit allen fernsprech teilnehmern verbunden werden alles klar und gute fahrt prüft mal die verbindung mit der zentrale achtung zentrale achtung zentrale bitte kommen hier ist zwölf peter hier ist zwölf peter wie ist die verständigung ja hier zentrale verständigung ist gut das ist dann einsatz bereit ende danke dora paula ludwig anton und hier ist der senderraum der polizeizentrale das bindeglied zum radiowagen zwölf peter einsatz bereit und das ist die zentrale das hirn des radiostreifendienstes moderne technische geräte sichern die schnelle information nach schnelle eingreifen überruf nummer 01 meldet sich radiostreifendienst jeder anruf wird zur sicherheit von drei beamten abgehört polizei wird hilfe verlangt geht der einsatzbefehl zum senderaum und von dort an die radiowagen mit dieser alarmanlage sichern sich bankhäuser und geschäfte bei auslösung lassen morse zeichen den tatort erkennen fernschreiber der polizei und der feuerwehr sind wichtige helfer auf dem stadtplan sind die eingesetzten radiowagen durch aufflammende lichtsignale erkennbar polizei polizei ist da bitte 01 ja hier ist 01 ach frau krüger ihre kleine tochter ob sie schon gefunden ist moment mal frag noch mal nach dem verloren gegangenen kind achtung achtung alle wagen von dora paulo ludwig anton ist marianne krüger schon gefunden achtung zentrale hier ist 7 peter ich wollte gerade melden wir haben das kind beim tauben füttern gefunden großartig 7 peter hallo frau krüger ich verbinde sie mit marianne so nun sag mal guten tag zu deiner mutti so nun sag mal guten tag zu deiner mutti ja ja so 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 so